Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Farm Simulator mit den Lieben Alten. Funki, Funki, Funki. So, also wir haben so, wir machen die erste Folge zusammen. Deswegen nicht wundern, wenn ihr hört, dass er mit seinen Zuschauer redet. Ja, ne. Aber wir machen das ja als Multiplayer und hast du sein Video schon gestartet? Ja. Weil dann erklärt das gleich nicht. Wir haben jetzt entschieden, wir wollen vielleicht diese Fläche hier nutzen, die hier ist. Also das werden wir uns vielleicht kaufen. Ich muss ja aber erstmal wieder recht begeben. So, da bist du. Oh, warte, warte. Okay, hier, komm. Ich mag nicht klicken, die soll schlecht geworden. Oh, ach so. Ich kann dir keine Rechte grad geben. Ey. Kann sein, weil wir noch nicht in einem Hof sind, dann erstell ich mich auch mal eben. Also nochmal zu irgendwelche Leute, abonnieren eure Kauschen-Fürzig-Kanal und malen, dass ihr so keine Videos verpassen. Ähm, was ist da? Ähm. So. Ey, dann kann man rein in den... Bin ich? Ach, was du immer noch haben? Gut. Achso, ich muss den jetzt noch auch beitreten. Was ist das? Ich kann nicht wegschauen. Keine viel. Ey, dann kaufst du schon mal dieses Grundstück. Äh, ja, hab ich Rechte? Ja. Also das... Also das war ganz hinten, der ist die 20. Hä? Äh, wie sind wir da 20? Und der was soll ich kaufen? Was soll ich kaufen? Okay. Die 20. 20. Das brauchen wir. So. Äh, wie kann man ein Kaufwohnspiel? Und... Äh, hier du gehst auf Let's, äh, nicht mehr Let's, hast du drückst, äh, Optionen und dann musst du da erstmal auswählen drücken und da kannst du einen Angriff kaufen. Also wenn du dann noch ein bisschen da durchscrollst, dann... Oh, du kannst, wenn du ein bisschen... ...Krua-Auto. Hä? Wir müssen nämlich erstmal durchrollen. Ich kann's nicht kaufen. Ja, ich... ...schuck, weil ich... ...schuck, weil ich... ...schuck, weil ich... ...schuck, weil ich... ...schuck, ne... ...schuck... ...schuck, das kommt, schuck. Ich versuch's nicht, genau. Oh. Ja, äh, ich hab mich nicht wirklich teleportiert, weil... Ähm. Oh nein, ich auch! Hier. Du musst, äh, geh mal auf hier. Äh, sich blo, ich bin bei der... Ich bin bei unserer Traktor aus. Mit Feicherknopf gedrückt. Äh, kannst du das machen? Äh, drück auf die Karte. Ja. Und dann, äh, hier linke... ...also L3. L3. Und dann, äh, 3 auch bis so ein Stück drauf. Ah, ja, 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 jetzt. Äh, und jetzt kaufen. Hä, kannst du das kaufen? Gibt aber nicht. Wieso geht's mir denn nicht? Ich kann nicht weiter drücken. Du hast für alles recht gut. Na, du musst auch lesen, was da steht. Also, 18.000... Wie viel Geld habe? Kost... ...kostungsstand... ...ich... ...kauf einfach. Geht nicht. Und die Notfall... ...kostungsstand habe... Hä? Wer hat das denn? Also, ich kann es nicht kaufen. Vielleicht hat man nicht so viel Geld. Doch, einmal, doch. Wir haben nicht so ein Stück. Ah, jetzt doch. Landgekauf steht bei mir. Wir haben Landgekauflo. Wir sind reich. Ja. Ähm, ja, dann nehmen wir noch eine andere Sache. Wir haben ja auch schon mal einstellen. Äh... ...kalt ja an, los, ausschalten. Kaufen, 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 kaufen. Mioum. Pflanzchensterben machen wir aus. Also, fürs Erste machen wir Pflanzchensterben aus, Leute. Ja, sp... Pflanzzerstörung machen wir aus. Lügen und der Rest der muss anbleiben. Äh, muss ich nicht noch sprechen drücken. Nö. Ich komm mal. So, ey, du musst noch, du musst noch hierbleiben. Ich komm mal. So, weil wir haben uns entschieden, wir fangen fürs erste Halb mit Wiener und so an, weil das viel entspannter ist. Oder warte mal, wir... Wir holen trotzdem die Damen bisschen Geld. Ungefähr hundertfünfzigtausend. Oh, das war zu viel hundertfünfzigtausend. Und... Du bist bei unserem Grundstück, wa? Ja. Du weißt ja, wie man Tiere kauft, wa? Äh... Also, ich weiß nur, wie man... Wir kaufen nämlich den großen Hinnerstall. Und fangen denn dann... Tierhaltung, einen kleinen Waffar... Und wenn ihr mehr von den Videos sehen möchtest, lassen leichter... Bei auf beiden Knäle. Wenn ihr nichts verpassen müsst, auch die Glocke machen. Also, okay. Aktiviert die Glocke. 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 Äh, wir brauchen erstmal den Fassstock. Genau. Glocke. 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 Was nicht mal der Große? Äh, der Kleine. Also, 8.000. Weil, wir werden da immer die Eier reinlagern. Okay, ich werde ihn jetzt abholen. Weil, ich bin gerade mit was anderes unterwegs. Und ich werde den und den Hinnerstall zurücknehmen. Ja, ich werde jetzt gleich des Teil algorithm. Teilgraden mit einem Heirmv Survivor im Wasser. und ich sehe dich einfach und die Karte weil ich auch so nun mal so erfreiche Seite äh feinste Spur so Fall so richtig nun mal so wie an normalen normale Leute und du fährst durch hier war es dort durch das Land ja auch so weil wir brauchen die Mütten auch noch mal gucken und das ist nicht auch äh kannst du Futter kaufen äh für Hühner ja ja mach ich gleich ich muss das erst mal so einen Hänger abholen ja ich bin natürlich doch ich hab Butter ausgemacht ich hab mein Führerschein auch nicht bei Wisch bestellt ich bestell nie was bei Wisch ähm ähm hapuf vor allem nicht mein Führerschein dann würde ich sagen kaufe uns einen großen Hühnerstall okay ja es gibt manchmal keine Peter Wetter der Hühnerstelle natürlich vertraut weil wir irgendwann auch in Landwirtschaft umgehen und ja ich hier kaufen also jetzt müssen wir gucken wir brauchen und ich soll noch ein weiteres oder brauner brauner wie viele brauner ähm 5 äh solch 100 Prozent Hunde essen holen ich kaufe einfach von allen solches solches für Hunder kaufen wie viele Prozent drei Packungen so die wo werden die ab abgeliefert breitende 4.000 so ich habe es weibungen das geht ich kann die Hühner sagen durch kann die Sachen aufgeben in mein Hänger okay es gibt es bisher nochmal Leute ich bin neu hier also nicht sofort denken dass ich nicht so gut ich bin tanke gerade da wird so aber man sieht noch so hat alle aufgesammelt ich komme zu dir alle mein Hänger drinnen ja ich muss und später werden auch neu wenn auch mehr Geld haben und nicht so die große Schulden hat geschuldet haben werden wir auch und sein ein erneut Traktor kaufen Auto und dann auch wer auch die Land benutzen aber es wird dann später sein und heute noch eine Sache wir werden oftmals in Prozent Freizeit spielen also und nicht hin wo wir aufnehmen oder so oder live streamen weil wir noch sagen auch und es wird dann ab mit 10. Staffel wird ein Leichtschirm oder Elfter die Leichtschirm von uns kommen wo ihr dann reinkommen könnt die Leute wenn jetzt wisst ob die Hühner die Wasser brauchen und wie man schreibt es mal bitte in die Kommentare echt gut zu wissen ach nee die brauchen nur Weizen Weizen und Gerste ich komme das ist ja nützlich haben wir umsonst den Wassertank gekauft jetzt können wir da verkaufen Digga ach wir behalten ihn einfach für später vielleicht werden wir auch nochmal äh ich hab Futter ja Markus ich muss näher ran fahren warte ich bin müde durch warte ich weiß schon wie ich hab's gerade gesehen muss noch eine Runde fahren ja ja ich fahr ich bin da warte ich schreibe mir einen Kommentar wie welche Sicht ihr besser findet diese Sicht boah wie du backst Digga also nicht backst aber das sieht so komisch aus so hier hin ja hier ja hier und hier stehen bleiben warte L und das 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 ja deutsch erlich sichert noch mal ich komme noch eine Park und sich halt okay er hat uns folgt ich kaufe jetzt macht auch wieder 3 aber aber und ich habe hier gekauft dann brennt 2 8 2 2 6 also wie kann man so eine Runde 1 4 für die im bisschen die Dinger holen können wir es mal so in sich fahren er auf dem Fall klappt ich mache nix das Auto macht so ich mache so und da trotzdem auf dem Fall ja ich kenne aber noch nicht du 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 hey so kann man richtig gut fahren Also Leute ich werde noch mal sehen was denn so ranking dazu sagen wird wenn er hier ankommt es ist schlimm wenn ich vier Packen gekauft habe Nö, das ist eigentlich ganz in Ordnung ne, das ist mein Vorreddach ja, ja, ich werde eine Packung hier lassen, ne? oh, ups weil, die werden ja, die werde ich ja extra, ja, eine Packung, wie schon gesagt, nochmal eine Packung, lasse ich hier weil ganz ehrlich, dann kann man auch immer, wenn wir einmal A-Sach brauchen habe ich das mal da, als jetzt alles verbrauchen ne, Überraschung, das wusste ich auch schon vorher, das so so, und so, okay, die eine Packung steht da noch ach, natürlich, weil ich so eine Fahrt und wenn die ja wie schon, äh, vorgesagt haben, wenn die auch was vor äh, wenn ihr was besser als wir spielen könnt könnt ihr euch, äh, auch für uns Tipps geben, hups äh, schreibt einfach Eiskalt in Kommentare für das, äh, oder so, äh, oder schreibt mir, mir in Discord, ich weiß nicht, ob du auch Discord hast äh, ja, da hast du auch die Discord, stimmt chị also, das mal drammte und immer weiter... ich sollte aber natürlich nicht mehr hydro wow... das ist ja... ja, das communicate. Oh, ich geh mal jetzt rein, Leute. Ich geh jetzt in sich, weil er jetzt, ja, weil irgendwie in sich ist schon geil. Uh, ich seh ja schon. So, Leute, dann will ich mal sagen. Das war's für die erste Folge. Für mich auch. Wir fängen gleich wieder an. Bis gleich. Ciao.